Hallo und herzlich willkommen zu einem Abend. Es fällt, wenn du sprichst. Ja, ich bin. Es ist wieder mal, wenn du sprichst. Und ja, wir waren hier dabei, die Häuser hier fertig zu bauen. Und die Erntab zu warten und es hängt an zu nähen. Hier haben wir ja Leute trennen oder die fischen über den Winter. Ach, halt. Willst du dich verarschen? Okay. Wollen wir jetzt schon einen Friedhof? So früher hätte ich das gar nicht gedacht. Aber gut, da haben wir wohl einen Friedhof. Da kann keiner mehr hin. Ja, da machen wir einen Friedhof für ein bisschen außerhalb, denke ich. So, hier zum Beispiel. So, da könnte er recht groß sein. Ich könnte ihn auch hier oben bauen. Obwohl die Leute müssen auch trauern können. Vielleicht sollte ich ihn einfach hier bauen. Er hat ja auch die Kirche nebenan Platz. So, wenn wir hier. Gut, hier können wir anfangen, oder? Ich fahr mal bald fertig. So, dann stellen wir noch ein paar Bilder ein. Wir machen da oben eine Prio drauf. So. Und. So, die sind schon fertig geäuntelt. Haben wir schon die Pfirsiche. Auf jeden Fall haben wir Medizin. Das heißt, es geht euch für einen neuen auch besser jetzt. Pia. Wo haben wir denn das her? Das ist doch eine Tim9a oder? Genau. Eins. So, da sind zwei Reifen drauf. Das ist gut. Da sind zwei Reifen drauf. Das ist gut. Das sind zwei Reifen. Gut, gut, gut. 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 Jetzt kann mal jemand reinziehen, bitte. So, Essen wird wieder mal knapp. Ich glaube, ich verabschiede mich gar von den Feldern. Ja, ich bin bereit. Großes Feldern. Zeig. 15x14 und da habe ich so einen Krupp, wie sie noch geht. 13x7. Da brauchen wir ganz sicher wieder fünf und hier brauchen wir... Ja, das passt so. Dann haben wir hier einen gut ausgebildeten Dings. Dann packen wir den hier zu den Fischern. Den neuen. Und wir haben... Und wir haben... Ah, die Werte. Gut. Es tut mir leid, ich habe gerade mal mit nur... 12 FPS deshalb ruckelt es ein bisschen. Aber man sieht schon. Aber er kann auch die Aufnahme und alles nutzen. Weil... Das ist... Das ist immer so. Und ich verstehe nicht, warum der vor dem... ... 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